Hallo lieber Peter, schön bei euch hier im Allgäu zu sein. Erklären wir doch mal ganz kurz das Wort Olasko. Olasko steht für Oldtimer Assukuranzkontor und ist eine Marke, unter der wir als freier Versicherungsmakler seit über 25 Jahren ausschließlich Oldtimer und artverwandte Versicherungen vertreiben und betreuen. Und wie kommt die Lebenshilfe Oldtimer Spendenaktion mit Olasko zusammen? Ich habe, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, nach einer Möglichkeit gesucht, auch irgendetwas Gutes tun zu können. Und auf irgendeiner Messe hast du lieber Reinhard mir ein Bein gestellt und die Tina Gorschlüter hat mich aufgefangen. Und dann nahm das alles seinen Weg. Und was hat das mit der Moto Guzzi auf sich? Ja, das ist so ähnlich gelaufen. Die ist mir kurz nach meiner Selbstständigkeit mehr oder weniger zugelaufen. In Teilen allerdings. Die wollte einen Freund bauen und über ein paar Umwege ist sie von diesem Freund am Ende jetzt auch wieder zu mir gekommen. Mir ist sie aber, wie man sieht, viel zu klein. Also habe ich mir gedacht, gebe ich sie her und schenke sie euch. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns riesig über diese wunderschöne Moto Guzzi, die jetzt in der 28. Oldtimer Spendenaktion ist. Und wir hoffen natürlich, dass wir wieder viele Spenden sammeln. Vielen Dank. Ich drücke euch die Daumen. Danke.